Wird die betriebliche Hinterbliebenenrente auf meine Witwenrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Nein, das kann ich grundsätzlich so sagen. Die Hinterbliebenenversorgung aus einer Betriebsrente ist generell kein anrechenbares Einkommen nach § 97 SGB VI und § 18a SGB IV. Denn sie ist, denn diese Hinterbliebenenrente ist kein Erwerbseinkommen, kein Erwerbsersatzeinkommen und kein Vermögenseinkommen. Denn solche Hinterbliebenenrentenansprüche leiten sich ja aus den Ansprüchen des Verstorbenen auf eine Betriebsrente ab und stellen deshalb kein Arbeitseinkommen im Sinne oder Arbeitseinkommen, Arbeitsentgelt und Hinzuverdienst im Sinne der genannten Vorschriften ab. Das betrifft auch Hinterbliebenenrenten aus einem berufsständischen Versorgungswerk. Aber die Rente aus der eigenen Betriebsrente kann unter Umständen auf die gesetzliche Witwenrente angerechnet werden. Das ist der kleine Unterschied, eigene Betriebsrente. Näheres zum Thema Einkommensanrechnung auf die Witwenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.